Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus Weißenkirchen in der Wachau. Aus meiner Sicht hat die Regierung Nehammer-Kogler schlecht gewirtschaftet. Nicht wenigen Landsleuten geht es schlechter als zuvor. Meiner Meinung ist es nun höchst an der Zeit, uns Landsleute genau aufzuklären und zu informieren, was finanziell noch auf uns zukommt. Dankeschön! Dankeschön!